Und zum Thema Pflege und natürlich auch zum Thema Corona darf ich jetzt Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober begrüßen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Anschober, wir haben so eine Geschichte gesehen. Umschulungen sind eine Maßnahme, zusätzlich Personal in der Pflege zu generieren. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Wir brauchen ja 100.000 zusätzliche Pflegekräfte bis 2030. Ja, das ist eine große Mischung, die wir vorhaben. Wir wollen die Ausbildung attraktivieren. Wir wollen diesen Beruf, der ein großartiger ist, der extrem gefragt werden wird, wo es einen unglaublichen Bedarf gibt. 100.000 zusätzliche Menschen brauchen wir in diesem Bereich. Wir wollen den attraktivieren, auch ein bisschen ins Schaufenster stellen, auch zeigen, wie wichtig der für unsere Gesellschaft ist und die Zugänge aufmachen. Das heißt, wir werden darüber reden, wie wir auch die Ausbildung attraktivieren können, wie wir schauen können, dass es auch nebenberuflich teilweise möglich ist, besser möglich wird. Und ja, so wie jetzt hergezeigt, was FACC betrifft, im Übrigen, ich finde, ein großartiger Bericht, eine großartige Botschaft auch, eine, die Hoffnung macht. Wir wollen mit derartigen Arbeitsstiftungen in den nächsten Monaten starten, österreichweit. Und da wird es zwei zentrale Schwerpunkte für die Umqualifizierung, für die Umschulung geben, nämlich einerseits die sogenannten Green Jobs, also Bereiche der erneuerbaren Energie, der Mobilität, also der Umstellung hin auf Klimaschutz in unserem Wirtschaftssystem. Da wird viel Bedarf da sein. Und der zweite große Schwerpunkt wird der Bereich der Ausbildung zur Pflegerin und zum Pfleger werden. Mein Ziel ist, dass wir da tausende zusätzliche Menschen gewinnen, die diese Ausbildung machen, sofern sie das wollen. Sofern sie das wollen, das ist ja kein so leichter Job als Pfleger. Es kann ja auch nicht jeder Pfleger werden. Das ist ja jetzt, ja, also... So ist das. Es wird sicher nicht jeder und jede die Möglichkeit haben. Ich habe selbst Erfahrung damit gemacht. Ich habe meinen Zivildienst in einem Seniorenheim gemacht. Ich möchte diese Zeit wirklich nicht missen. Aber es ist ein harter Job. Das ist einer, der Anforderungen körperlicher Natur, auch psychischer Natur mit sich bringt. Aber der hervorragend ist, der wunderbar ist. Und ich bin ganz sicher, dass tausende Menschen diese Chance der Umschulung jetzt auch ergreifen. Das WIFO rechnet eine Vervierfachung der über 85-Jährigen bis 2050. Da brauchen wir sehr, sehr viele Menschen in der Pflege, auch viel Geld in der Pflege. Wo soll das Geld herkommen? Ja, das Geld, darüber sind wir uns mittlerweile in der Bundesregierung absolut einig, wir aus dem Budget kommen müssen. Das müssen uns ältere Menschen wert sein, ganz einfach. Österreich hat bisher eher wenig vergleichsweise innerhalb des EU-Rankings ausgegeben. Wir sind im unteren Drittel und da werden wir aufstocken müssen. Das ist erforderlich, aber es ist ein Jobmotor, der entsteht. Und zweitens ist das ja auch Geld, das an Wertschöpfung in unserer Wirtschaft bleibt. Das heißt, es hat auch einen dynamisierenden Wirtschaftseffekt, wenn hier zusätzliche Zehntausende Menschen eine Arbeit finden. Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen, zum Thema Corona. Die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat zuletzt gesagt, man könnte einen zweiten Lockdown nicht ausschließen. Jetzt schwirren in den vergangenen Tagen viele Gerüchte herum. Können Sie ausschließen, dass ein zweiter Lockdown kommt? Also wir arbeiten wirklich mit aller Kraft als Bundesregierung und weit darüber hinaus daran, dass es keinen zweiten Lockdown geben wird. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Wir haben zwar steigende Zahlen, aber deutlich weniger stark steigende Zahlen als unsere Nachbarstaaten, etwa Tschechien, die Slowakei und andere. Aber das Entscheidende ist, dass es bei jedem Einzelnen liegt. Das heißt, jeder Einzelne wird mitentscheiden, wie der Kurs in den nächsten Wochen aussieht. Mein Schwerpunkt, unser Schwerpunkt ist aber derzeit der Bereich der regionalen Maßnahmen. Das heißt, über die Corona-Ampel sehen wir ja, in welchen Bezirken gibt es ein erhöhtes Risiko. Und in diesen Bezirken können nun auf Basis des neuen Covid-Maßnahmengesetzes die Regionen selbstständig Zusatzmaßnahmen verankern. Und das tun sie auch. Ich habe am Freitag in der Früh Sitzung immer, jeden Freitag in der Früh mit diesen betroffenen Bezirkshauptleuten und großartig, wie hier Maßnahmen zusätzlich, genau, punktgenau dort, wo die Ausbreitungsursachen regional vorhanden sind, auch verwirklicht werden. Aber trotzdem die Frage, einen bundesweiten, wenn wir jetzt vom bundesweiten Lockdown sprechen, weil regionale Lockdowns, wenn jetzt die Ampel auf Rot ist, hat man ja quasi einen Mini-Lockdown, wenn ich das richtig sehe. Oder liege ich da falsch? Nein, das sind härtere Maßnahmen, konsequentere Maßnahmen. Aber ein Lockdown ist das weitaus nicht. Ich muss ja eines auch dazu sagen. Wann dürfen wir denn in Österreich nach dem neuen Covid-Maßnahmengesetz überhaupt einen Lockdown machen? Das ist mittlerweile sehr restriktiv gehandhabt. Ich begrüße das im Übrigen sehr. Einerseits muss der Hauptausschuss des Parlaments zustimmen. Und zweitens könnte ein Lockdown nur dann verankert werden, wenn wir einen flächendeckenden Zusammenbruch in Österreich des Gesundheitssystems hätten. Also wenn die Kapazitäten unserer Spitäler völlig überfordert sind. Und da sind wir Gott sei Dank meilenweit davon entfernt. Wir haben derzeit eine Auslastung von 5, 6 Prozent im Bereich der Intensivstation. Ich habe jetzt heute nachgeschaut, die Auslastung habe ich jetzt heute gelesen mit 13 Prozent. Im April während des Lockdowns war die Auslastung 26 Prozent. Da gab es einen Lockdown. Heißt das im Umkehrschluss, wenn wir jetzt wieder 26 Prozent Auslastung der Intensivbetten haben, dass wir dann auch einen bundesweiten Lockdown haben? Nein, absolut nicht. Denn die neue Regel im gesetzlichen Bereich bedeutet, dass wir vor einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems stehen müssten. Und auch im Frühling waren wir nicht in dieser Situation. Was war im Frühling das Problem? Wir hatten im Frühling tägliche Steigerungsraten von 30, 40, 50. Einmal sogar von einem Tag auf den anderen 55 Prozent. Und das, was wir gesehen haben, wenn wir das weiter zugelassen hätten, dann wäre es wirklich dramatisch geworden. Denn dann hätten sich die Zahlen weiter exponentiell erhöht und dann hätten wir eine dramatische Krisensituation erhalten. Deswegen war es richtig, zu diesem Zeitpunkt diese Maßnahme zu ergreifen. Aber aus meiner Sicht kann man eine derartige Maßnahme einmal ergreifen, denn sie wäre fatal, verheerend, katastrophal für die Wirtschaft, wenn wir sie noch einmal verankern würden. Das heißt, Sie schließen eigentlich jetzt damit einen bundesweiten Lockdown ein zweites Mal aus? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und wie gesagt, mit aller Kraft arbeiten wir dafür und deswegen jetzt manchmal in manchen Bezirken gravierendere Maßnahmen, als wir uns das wünschen würden. Und die setzen wir deswegen auf eine härtere Art und Weise, auf eine konsequentere, damit wir Schlimmeres verhindern können. Sie haben am Freitag gesagt, Sie haben Maßnahmen in der Schublade, wenn wieder die Infektionszahlen steigen. Sie haben aber auch gesagt, Sie können und wollen diese Schublade nicht öffnen. Hat die Bevölkerung nicht das Recht zu wissen, was Sie für Maßnahmen auspacken, wenn es wirklich schlimm wird? Ich glaube, da würden wir die Bevölkerung absolut verwehren. Es ist doch höchst professionell und notwendig, dass man sich für den Fall der Fälle überlegt, was wäre denn grundsätzlich denkbar. Und mein Credo ist, es geht nicht um irgendwelche Maßnahmen, sondern es geht immer darum, das konkrete, aktuelle Ausbruchsgeschehen punktgenau zu treffen. Das heißt, die Maßnahmen, die wir jetzt möglicherweise verankern könnten, auf Basis des jetzigen Ausbruchsgeschehen, wir haben ja vor drei Wochen sehr punktgenaue Maßnahmen, zum Beispiel gegen kleinere Veranstaltungen, gegen die Nachtgastronomie, die in manchen Bereichen an der Sperrstunde vorbeigearbeitet hat, gesetzt. Das ist mittlerweile sehr konsequent, auch unter Kontrolle. Und das kann in drei Wochen wieder ganz anders aussehen, weil sich das Ausbruchsgeschehen verändert, dynamisch entwickelt. Derzeit haben wir keinen Akutbedarf, aber man muss vorbereitet sein für andere Situationen. Herr Anschober, es ist noch ein bisschen weg, aber es ist doch nicht so weit weg. In zweieinhalb Monaten ist Weihnachten. Wie dürfen Österreicherinnen und Österreicher denn heuer das Weihnachtsfest begehen? Naja, ich hoffe, möglichst glücklich und möglichst zufrieden und vor allem gesund. Das sind die drei wichtigsten Punkte aus meiner Sicht, was wir haben werden, wovon ich ausgehe. Wir haben Regeln für Weihnachtsmärkte zum Beispiel verankert. Das heißt, die wird es geben können, wenn nichts Dramatisches passiert. Wir haben klare Regeln verankert. Dort wird es Präventionskonzepte geben müssen. Das heißt, kontrollierte Formen von Weihnachtsmärkten. Ja, und dann die Feier im eigenen familiären Bereich, was der Regelfall zu Weihnachten ist. Wir werden halt immer mitdenken müssen, dass wir diese Grundmaßnahmen, einen Mindestabstand halten, die Hygiene beachten, dass wir den auch bei Feiern mit der Verwandtschaft zum Beispiel mitdenken. Aber ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir fröhliche Weihnachten, wie es so schön heißt, auch erleben und auch so feiern können. Herr Anschober, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke schön für das. Danke.